weiter geht's jetzt gehen wir wieder zurück oder was zur base habe ich jetzt groß in der nacht oder sowas dinge zu suchen erst mal ein feuer gut damit ich ein bisschen fleisch braten kann für uns ja wir haben ja besuch ich esse eben ein paar blumen da fällt es runter kann man sich gut am rand orientieren für koffer oder zwei schokolade sind wir haben wir besuchen wir noch schildkrötenpanzer eigentlich kann man mitnehmen können wir uns immer mal würde ich sagen die armenbrust ja ich hätte bei armenbrust ist bei denen halt instant kill ist egal wo du triffst ja glaube ich zumindest war bis jetzt immer so okay so tot so hat irgendjemand stücker dabei von euch weil wir müssten mal ein paar bestimmt ja blöd kein alkohol getrankt ich auch nicht ich kann auch keine das ist ein zeichen hier wäre mal ganz nett wenn man jemand irgendwie zwei stöcke rein habe ich noch gehabt aber für da ist ja einfach mein fleisch ja richtig so das ist gut gut also ja 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 So, also ich bin erst mal wieder gesättigt. Wir können weiter. Noch schnell den Soda reinkippen und weiter geht's. Die wollen schon über alle Berge? Ich suche schon fleißig für die Gegend ab. Aber das ist doch da an dem Dorf, ne? Das ist irgendwo dann hier am Wasserfall. Also haben wir ja so einen. Aber ich muss mal kurz an die Tür. Ich pass mal eben kurz auf ihn auf. Ich flämm ihm mal kurz die Nasenhaare hier ab. Warte mal. Ich weiß nicht, was ich wollte ja eigentlich nur hinlegen und die spritzen immer, die geht immer direkt ins Wasser durch. Die kannst du doch mit Kreis einfach fallen lassen. Aber Kreis, okay. Hm. Ihr zwei seht doch heute gleich aus. Das ist billiger. Stimmt nicht. Das halte ich für Gerücht komplett. So, dann wieder da, wir können weiter. Musst du so meine Freundin reinlassen, ihr kam gerade von Arbeit. Dann würde ich mal sagen, hinter ihr Herr, oder? Ja, mal gucken, wo es überhaupt ist. Weit weg auf jeden Fall. Du hast da ein paar Tote in deiner Stadt. Nur leichten um mich herum hier. Unglaublich. So. Ah, hab's gebunden. Oh, sehr schön. Denk dran, schön stehen bleiben damit fertig finden. Da wird man das auch finden. Ach, hier ist die Abstoßstelle. Ja, hier ist eins von den vielen... Hier ist die Abstoßstelle. Da könnte man mal kurz ein bisschen was essen, ne? Wenn man dann da hochkommt. Da kommt man nicht hoch, ne? Ach, ich bin hoch. Ah! Ich hab nebenbei ein paar Bräume gegrüßt. Warte hier, geh hier auf mich drauf. Nein! Ich hab dich grad hochgeschoben, Kev. Du warst oben auf meinem Kopf. Nein, war ich nicht. Das halte ich für ein Gerücht. Das sind wieder Wunschvorstellungen von dir. Die, äh, nein. Ih, was hast du denn für Ideen, ey? Das ist ja eklig. Also, die sind ja nicht von mir. Die sind ja von dir, die Vorstellungen. Ein Gerücht gehört nur auf der Insel, ne? Und glaub ich, bei uns, ne? In der Ecke. Ja, komm mal. Ja, komm mal. Alle Teile haben. Vor allen Dingen, wir sind hier irgendwie Tag, keine Ahnung, 50 fast oder so. Äh, und hier steht doch das Essen im Flieger rum und alles rum und dran und das ist immer noch gut. Ja, es ist super frisch. Geile Konservierungsstoffe ohne Ende drin. Ja. Uah. Ähm. Es wird runde Kotzen im Klo. So. Wo sollt ihr sich wieder da? Ah, ich soll schon wieder raus. Wir sind ja, wir sind ja. Da waren die drin. Ach so. Ja. Oder was? So, Pistolenteil 1 von 8. Dann jetzt auf der Insel und wo uns in der Ecke. Die müssen wir alle haben. Ja, hier unten, da müsste doch irgendwo, äh, das Floß stehen, ne? So, Teil. Ich laufe noch ein Stück weiter runter. So viele haben wir gar nicht mehr, ne? Ja, ich weiß gar nicht. Wie viele Schale fehlen uns jetzt insgesamt noch? Zwei. Zwei noch, ne? Ein Doppel-Insel und eins in der Ecke. Dann haben wir die Pistole. Dann haben wir die Pistole komplett. Ja, da wäre ich so. Also das Floß steht noch ein Stück weiter hier runter. Da haben wir an diesem, wo es dann so steht, die Küste hochging und abgestellt. Ja. Ja. Das ist nur die Frage, welcher, an welcher, oder auf welcher Insel ist das Teil, ne? Ja. Ja, ich glaube, da wird irgendwas jetzt schlafen, dann müssen wir das besser sehen, ne? Würde ich auch mal sagen. Weil zwischen nur jetzt mal schlafen gehen, dann kann ich die Folge schon wieder beenden. Ja, oder sollen wir hier eben so einen Mini-Shelter bauen, wo wir alle mal schlafen? Wenn wir zumindest das Spiel retten können. Ja. Ich glaube, hier irgendwo müsste es stehen, oder? Ja, warte, lass uns mal eben kurz, ich baue mal eben hier so einen Shelter auf. Ich weiß noch nicht, ob ich genug Zeug dabei habe. Dann musst du nur zuerst, äh... Habt ihr noch Stöcke? Wird es zehn Stück fehlen noch? Nee, ich habe keine. Es wird aber auch gerade hell. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, dann... Bauen wir es mal wieder ab. Ja, dann... Bauen wir es mal wieder ab. Ja, dann... So... Ich... Ich glaube, ich sehe es, oder? Da hinten? Ja, das muss man ein Stückchen weiter sagen. Wir sind doch nicht zu früh runtergegangen, ja. Ah! Ich bin im Wasser. Ich schwimme hier die Küste entlang. Bei strahlendem Sonnenschein. Komm mit. Da, ich... Ich wusste, ich habe es gesehen in der Ferne. Ja, jetzt sind wir fast einmal auch rum, ne? Hier ist so ein Lagerfeuer. Na, ist es denn da? Wo bleibt ihr denn? Ich warte hier schon seit drei Stunden. Ja, ne, ist klar. Ja, nicht zu fassen. Welche Insel ist das? Oder ist das die hier vorne schon? Keine Ahnung. Gucken. Ja. Ich weiß es, das weiß ich auch nicht. Könnte die... Ne, das... Sind es da, bevor wir die da hinten sind? Kleine oder so. Also hier auf der ist nichts. Also die hier hinten rechts, die, oder? Ja. Ja, das könnte hier sein. Ich müsste übergraben, wenn die... Ebergeutel nicht hat. Aber... Hehehe, ich sehe es auch. Das fliege Feuer. Könnte ich mich unterwegs hier einsammeln, eventuell. Sie sind da vorgeschwommen jetzt hier, um zu gucken. Hier sind noch ein paar kleine Inseln. Ja, das sind uns hier nur noch zwei Roboter-Teile, ne? Den Arm, den Kopf zu mir. Ach ja, stimmt, die fehlen auch noch, ja. Sind ja nicht auch noch welche unterwegs zum Boss? Ja, da ist ein Bein. Irgendwie genau. Es wird nämlich durch den Kopf und der Arm. Ja, wo gesagt, da fehlen noch ein paar Sachen. Meine Roboter. Ja. Also hier auf den... auf den Inseln ist Nikas. Wo ist eigentlich der zweite Steuermann jetzt hier? Äh, der zweite Steuermann ist hier auf den Inseln und hat geguckt, ob das Teil hier ist. Würdet ihr mich hier vielleicht einsammeln? Dann braucht es nicht wieder zurückschwirmen. So. Okay. Okay. So.